Augenbrauen abrasiert? Noes West ihre Mama Kim Noes West, 9, prangt ihre Mutter Kim Kardashian, 42. Die reelle DTV-Bekanntheit und ihre Tochter haben einen gemeinsamen TikTok-Account. Dort teilt das Duo immer wieder lustige Videos. Insbesondere die Neunjährige scheint dabei sehr viel Spaß zu haben. Zuletzt verwandelte Kanye West, 45, Tochter Kim für einen Clip in den Grinch. Jetzt ärgerte Noes ihre Mutter, indem sie vorgab, die Augenbrauen der Beauty abzurasieren. In dem TikTok-Video zeigt Kims älteste einen rosafarbenen Rasierer. Mit diesem reibt sie an den Augenbrauen ihrer schlafenden Mutter entlang. Dabei ist ein Filter auf dem Gesicht der Unternehmerin, welcher die Augenbrauen Bleistiften erscheinen lässt. Als die 42-Jährige aufwacht, ist sie empört. Noes, das ist nicht lustig, beschwert Kim sich. Immer wieder sorgt Noes mit ihren Videos auf der Plattform für Aufsehen. So verriet die Minderjährige beispielsweise vergangenen Monat, dass der Horrorstreifen Conjuring, die Heimsuchung ihr Lieblingsfilm sei. In wenigen Stunden erhielt das Video mehrere 100 000 Aufrufe, wurde aber kurz darauf wieder gelöscht.